Musik Hi Leute, ich zeige euch heute wie ihr Free Music Streaming empfangen könnt. Wenn ihr ganz normal reingeht, steht sowas. Das da hier bitte einfach, wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, also Details in den Comments reinschreiben. Ansonsten lasst es einfach, wie schon gesagt, dass das kompliziert. Fragt mich nur in den Comments darüber. So, das haben wir jetzt. Das wollen wir hier wegmachen. Wir klicken, das geht auch nur mit Firefox, auf Addons. Dann klicken wir hier drauf auf GoShark. Dann suchen wir die Nimenspläne, bringen Addon, installieren den OwnLocker. Der wird erstmal runtergeladen. Wir starten ein Neustart. Und gehen jetzt nochmal auf GoShark. Und das erscheint uns. Ihr merkt es, ganz kurz, also nicht erschwecken. Und siehe da, jetzt sind wir auf der Internetseite. So, das war es eigentlich von diesem Tutorial. Hiermit bin ich schon zu Ende. Es gibt noch Tools und so weiter von GoShark. Wenn ihr irgendwo mehr wissen wollt, dann schaut euch, die jetzt hier eingeblendet werden, die anderen Videos ein von GoShark. Bis dann, Servus.